Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Endergames mit den lieben Heiterbeule. Hallo. Seid ihr alle schon bereit für Endergames? Das beste Spiel der Welt. Oh fuck, oh fuck. Oh scheiße, da war ein Goldabwehr drin, den hab ich nicht bekommen. Ich bin so scheiße. Oh nein, ich hab Enderpeeren. Ja, ich auch. Vier Stück. Oh man, ich brauch mehr. Ich brauch mehr Stuff. Gib mir mehr Stuff. Warum gibst du mir nicht mehr Stuff? Oh scheiße, ich hab nur Scheiße. Ich hab nur Scheiße. Ich liebe diesen Spielmodus, Dani. Ich liebe ihn. Ich bin so schlecht da drin. Und ich hier immer... Ich hier immer verliere. Ach genau, deswegen liebe ich ihn auch. Ich glaube, das wird eine richtig schöne Runde werden. Oder 10 schöne Runden für einen 10 Minuten Video. Das wird eine kurze Runde werden. Oh, Dias. Oh, du bist so ein Arsch. Warum kriegst du schon gleich alles? Ey, ganz ehrlich, du cheatest doch. Einfach nur, weil du hier YouTuber hast. Du cheatest. Ja. Oh, in 40 Sekunden ist die Schutzzeit. Scheiße, YouTuber. Oh, ich hab scheiße... Ich hab zwei Enderpeeren geworfen, ich Idiot. Ich mach keine Zeit. Dann sollte ich noch mich ausgerüstet haben. Ja, du hast ja mit deinen schönen Diamanten ausgesorgt. Und ich? Ich hab Kühe. Wow. Gib mir dein Fleisch. Und da ist ein Spieler gleich. Soll ich den Spieler töten oder... Er wird mich töten, wenn ich ihn töten will, oder? 15 Sekunden. Der hat eine Workbench. Ich lauf hinter ihn her. Er sieht nicht so... 10. Bitte. Kannst du mal schneller? 5, 4, 3, 2, 1... Oh Gott, da ist einer mit dem Diaschwert. Ich bin tot. Alter, was ist das für eine Scheiße? Ich bin gleich tot. Warum ist da einer mit dem Diaschwert? Ich hab ein halbes... Fallschaden. Klar. Da war einer. Klar. I.T., du lebst... Ich bin tot. Ja. Ja, dann sind wir halt tot. Dann sehen wir uns gleich in einer neuen Runde wieder. Bis gleich. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück in der zweiten Runde. Ich hoffe, diesmal tötet I.T. mich nicht. Doch. Nein, hör auf damit. Das ist gemein. Wie bist du dann eigentlich gestorben? Okay. Der andere Typ hat mich getötet, ich bin in den Halsschwert. Das ist jetzt peinlich, Alter. Das ist peinlich. Vielleicht. Ja, immer deine... Oh nein, ich hab gar nichts. Ich hab drei Leder. Wie hässlich. Oh nein, ich bin so dumm. Da war jetzt... Oh, da waren so viele gute Sachen, die ich gesehen habe. Und ich hab einfach nur... Scheiße, ich bin so dumm. Boah. Ich muss meinen Frust an jemand anderen auslassen. Alter, du bist so dumm. Ich bin nicht dumm. So. Oh man. Erstmal zwei. Für was baue ich mir eigentlich Holz ab? Ich hab nicht mal was, was ich Holz brauchen könnte. Okay. Oh, hier ist ein Verzauberungstisch. Aber ich hab... Ich... Könnte ich vielleicht irgendwie mal Dias bekommen oder so. Oh, Dias. Der feine Herr wird Dias. Da ist auch ein Verzauberungstisch bei mir. Wir würden... Äh, wie heißt du nochmal? Nee, du bist nicht Matzi. Matzi? Was ist denn das für ein Sch... Ähm... Können toller Name. Mensch, lass Matzi in Ruhe. Du hast auch keine Ahnung. Okay, in 20 Sekunden beginnt es und ich hab noch nicht mal ein Schwert. Ich hab ein Schwert. Läuft bei mir. Oh, wenn die weiter weg kann, ich kraften. Da kommt einer zu mir. Oder? Der kommt zu mir. Ich... Glaub ich zu ihm. Der kommt zu mir. Weiter weg! Scheiße! Ende der Welt! Ich hab ne Enderperle in das Ende der Welt geworfen. Ich bin so dumm. Was hat denn der Wesen der ausgerüstet? Okay, hinter mir ist einer. Das ist schon mal dezent, gell? Bei mir ist einer irgendwie 43 Blöcke. Da. Hä? Ich fühl mich so beobachtet. Alter, nein! Der fühl sich auch beobachtet. Okay, er hat ein... Oh, er hat ein Holzschwert, aber ich werde trotzdem verlieren. Er hat mich zuerst getroffen. Ich bin... Oh Gott, gepoddet worden. 18 Blöcke, klar. 18 Blöcke. Ist ja nicht so... Ist ja nicht so, dass ich noch geschwächt bin. Ist ja nicht so. Nein. Nein, alles gut. Alter, die wollen mich alle töten. Mann, ich bin tot! Ja, das ist auch mein Problem gleich. Oh, bitte, bitte gib mir einen Speedblock. Gib mir... Kann ich zwei Speedblöcke nehmen? Danke. Was hab ich gebraucht? Ist der immer noch hinter mir? Ist der immer noch hinter mir? Scheiße, der ist immer noch hinter mir. Oh mein Gott. Oh, ich hasse das Ende der Welt. Ich hasse es. Warum kann man das nicht sehen? Warum kann man das Ende der Welt nicht sehen? Ich hasse das Ende der Welt. Alter, der ist hinter mir. Ich kann nicht essen. Oh mein Gott, ich bin tot. Mit Einschlag bin ich tot. Ich bin tot. Ich hasse ihn. Boah, ich hasse diesen Spielmodus. Ich liebe Ender Games. Das ist das beste Spiel. Wir sehen uns gleich in der dritten Runde wieder. Bis gleich. Ich bin blank, hab kein Geld in meiner Hand. Okay. Kein Geld mehr auf der Bank, ey. Lern den Text. So, Leute. Herzlich Willkommen zurück zur Runde 3. Hi. Oh, das ist so spaßig hier. Hallo Daniel, ich benehm dir. Ich heiße Crash Homer. Hi Crash Homer. Du siehst scheiße aus bei mir. Crash... Oh. Da hat man sich gerade erst mal kennengelernt und dann du was. Das ist gemeint. Wir wollten gerade Handy-Nummern tauschen. Oh, wir wollen Tiers geklaut. Ich heule. Aber ich habe jetzt... Ich könnte mir jetzt ein Eisenschwert machen, wenn es klappt. Ey, wenn das jetzt nicht klappt. Ich bringe jemanden um und wahrscheinlich Crash Homer. Weil der Name so scheiße ist. Nein, nicht Crash Homer. Ja, der Name ist aber echt scheiße. Crash Homer, wenn du das hier jemals siehst. Tut mir leid, aber der Name ist scheiße. Glaubst du, es gibt den echten Crash Homer? Natürlich gibt es das in echt. Boah, wird der Hässliche mir jetzt die Workbench abbauen? So ein Hässlicher. Der wollte mir die Workbench abbauen. Boah, ist der hässlich. Ich hasse ihn jetzt schon. Boah, läuft bei mir dezent. Lass mich raten, alles voll dir. Ne, aber... Wow, ich bin schnell wie sonst was. Äh, IT hat nämlich Sonic genommen. Ich habe natürlich jetzt nicht diese tollen YouTuber-Rechte und habe jetzt einfach nur diese bescheuerten Jäger-Kids, was ich immer spiele. Aber naja. Könntest du die Kids auch freischalten? Könnte ich. Ja, wenn ich gut spielen würde. Wenn. Aber das ist ja leider nicht der Fall. Sei leise, du bist so ein Arsch. Machen wir uns erstmal ein Eisenschwert. Boah, Alter Ball ist so ein Arschloch. Schreibt es ihm. Sag es ihm. Dann gehen wir auf die Jagd. Was für ein Schwert hast du jetzt? Ein Eisenschwert. Das ist schön, ich auch. Dürfte erstmal dezent reichen. Für die ersten zwei Sekunden. Danach haben alle was Besseres. Alter, wie viele Speedblöcke hier liegen? Ich will alle haben. Meins. Au, ich hasse diese Weltbegrenzung. Warum kann die nicht irgendwie offensichtlich sein? Was weiß ich? Leucht steht hier Weltbegrenzung. Achtung. Das sind doch Partikel. Ich sehe da gar nichts. Von gar nicht, wenn man schnell läuft. Jetzt fühle ich mich wie Sonic. Ich habe zwar nicht die coolen Kids, aber ich kann mir so tun, als ob. Oh ja, portet euch alle weg, ihr hässlichen Ender-Chests. Ist ja okay. Oh Gott. 33, 34 Blöcke. Wo ist der? Wo ist der? Mami? Ja, ich laufe genau in die Richtung. Ich laufe aus der Richtung weg. Mann, ich bin tot. Wir sind diesen blöden... Oh. Okay, IT ist tot. Über den Bogen hatte. Der hatte den Bogen und dann hat er mich die ganze Zeit abgeschossen und blablabla. Bestimmt voll der Cheater. Ich bin schon wieder einer scheiß Weltbegrenzung. Boah, fick mich, du hässliche Map. Ich spektate dich mal. Ja, mach das. Ich bin traurig. Alter, du bist ja besser ausgerüstet als ich. Das muss ja schon was passieren. Du hast ja nixens... Du hast ja nixens irgendwas. Ich hab'n Schwert. Das ist alles, was ich habe. Oh Mann. Ja, ich hatte auch noch n' Schwert. Ja... Aber ich war am Wasser und dann hatte der einen Bogen und dann... Dann hattest du kein Schwert mehr. Und als Sonic hast du im Wasser nicht gerade ne hohe Chance? Set Story, Bro. Also Leute, wenn ihr auch verliert, dann schreibt das mal in die Kommentare. Ganz ehrlich, ich hab' mal einen Kommentar bekommen. Ich wurde angestupst. Danke, Darkie. Ich hab' mal einen Kommentar bekommen. Es wär' so toll. Bist du ein Trottel? Hallo Darkie. Hi Darkie, herzlich willkommen in der Aufnahme. Darkie kann jetzt mitmachen. Hallo. Ach, nehm' dir auch echt? Wir nehmen grad Ender Games auf. Willst du mitspielen? Oh, Entschuldigung. Wer nimmt auf von euch beiden? Ich nehm' auf. Möchtest du mitspielen nächste Runde? Ich bin eh tot. Ja, können wir machen. Ja, würd' ich sagen... Also nehmst du die Aufräume sowieso nicht. Leute, gleich in der nächsten Runde seht ihr Darkie in Runde 4. Bis gleich. Ihr seht mich? Ihr hört ihn. Du bist so ein Trottel, du kommst einfach in der Aufnahme. So Leute, herzlich willkommen zur Runde 4. Diesmal auch mit den lieben Darkies-Wert. Ne, der lieb ist nicht, der böse Darkies-Wert ist da. Der böse Darkies-Wert ist da, der die Aufräume gequetscht hat. Der mit dem blöden Skin. Der blöde Blöde, 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 Blöde. Du, wie doof, Mann. Ja. Wett, ich bin cool. Ja, nein, sag ich nicht. Nein, gar nicht. Oh, Mann, no. Oh, nein, ich hab gar nichts. Ich hab auch gar nichts. Nein, in der Wüste zu rennen, wär ja jetzt nicht so schlau. Fuck, ich heule gleich, ganz ehrlich. Ich hab nur einen wertbarer Trank der Vergiftung. Damit vergifte ich mich für sich selbst. Leute, Leute, wollen wir ein Haus bauen? Du kannst gerne ein Haus bauen. Ich werde erstmal einen Grabstein für mich errichten, weil ich sofort sterben werde. War doch ein Friedenspenis. Leute, ich hab ne wichtige Frage. Wenn ich sterbe, legt ihr Blumen an mein Grab? Nein. Oh. Außer Daki. Ja, genau, außer Daki. Das ist der Grund, warum ich Daki lieber mag als dich. Oh, Mann. Ich finde, weil du formuliert all dir. Das ist ja auch eigentlich aufgefallen. Legt ihr Blumen ans Grab? Nein, außer Daki. Das klang so aus, als ob du mich ans Grab legen willst. Ich möchte Daki an mein Grab haben. Ach, du willst Daki an mein Grab haben? Ja. Legen. Bitte leg Daki auf mein Grab. Das ist alles, was ich mir wünsche. Da hab ich's immer warm. Mich magst du also nicht. Nee, du bist scheiße. Du wolltest mir keine Blumen bringen. Huuu. Das war so kack. Du hast es versaut, Aiti. Du hast es einfach versaut. Aiti, du bist einfach versaut. Du bist so versaut, Junge. Junge. Oh, porte dich weg. Gerade, wenn ich dich anklicke, porte dich weg. Ich liebe diesen Spielmodus. Und da ist die Wand. Und da ist die Wand. Und da ist ein Typ mit einem D-Schwert. Und da ist ein Typ mit einem D-Schwert. Ich heule gleich. Bitte portet mich. Du weißt schon, dass ich das bin, oder? Dann schlag mich nicht mehr auf. Hör auf, ich hab ein halbes Herz. Hör auf. Danke, Aiti. Du bist so ein Arschloch. Ich hasse dich. Schlägt da mich mit einem D-Schwert. Du bist so ein Arschloch. Ich schau jetzt Daki zu. Daki, wo bist du? Links. Halt's Maul. Daki ist viel netter als du. Und Daki ist gleich tot. Ich hab dich nur geschlagen, weil du gesagt hast, was du richtig magst. Nein. Wie lange ist dir der Typ nachgedacht? Die ganze Zeit, ich hab doch gerade gesagt, das sind welche. Daki. Alter, der ist mir voll lang nachgedacht. Der ist mindestens eine halbe Stunde. Mindestens. Halbe Stunde. Äh, Corsera warst du, ne? Du bist so ein Arschloch. Ich hasse dich. Boah, sag ich dir jetzt die ganze Zeit. Ja. Spectatest du mich? Ja, ich hasse dich. Du bist scheiße. Alle Flüche der Welt lege ich auf dich. Boah. Nein. Du bist nett dazu, Aiti. Hallo? Ich mag dich doch. Oh Mann, ich bin gerade so stinksauer auf dich. Aber du spektältest dich, ne? Ja. Das ist doch nett. Du bist ein Arschloch. Daki. Soll angeblich jemand. Daki, sag bitte Aiti, dass ich nicht mehr mit ihm rede. Guck zu, guck zu, guck zu. Dass ich nicht mehr mit ihm telefoniere. Bam, 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 bam. Den hast du getötet, wie du mich getötet hast. Wuuu. Du bist doch gemein. Guck mal, ich hab auch noch einer von uns. Was ist denn? Doch, Aiti lebt noch. Aiti lebt noch, weil er mich getötet hat. Aber Aiti ist eh relevant. Wer ist das denn? Bleib mal stehen. Ich heiße Colt. Ich heiße Colt. Was ist denn? Es ist Corsera weg. Oh mein Gott. Äh, Corsera. Ich rede nicht. Ich wurde gepaort. Oh mein Gott, ich stehe in ihm drin. Sie hat gerade einen Eisenherrn gemacht. Ey, ganz ehrlich, alter Beule hackt. Habt ihr gesehen, hat er eben Flymod an. Der ist eben mit ihm über den Boden geflogen. Leute, alter Beule hackt. 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 Wir sollten... Oh, da hinten kommt jemand. Töte ihn. Töte ihn. Bitte nicht kommen. Hör doch mal auf. Töte ihn. Hör auf zu sterben und töte ihn. Hör auf zu sterben und töte ihn. Da ist ein anderer, der hat nur ein Eisenschwer. Töte ihn. Der hat eine Eiterperle. Töte ihn. Ja, der ist direkt hinter die Eiterperle. Töte ihn. Ja, der hat eine Eiterperle. Eiterperle, wirf die Eiterperle. Wirf die Eiterperle. Komm, Eiterperle. Komm. Der ist abgehauen. Loot jetzt erstmal Kisten. Ich finde es schön, dass du noch lebst, nachdem du mich getötet hast. Das beruhigt mich wenigstens, weil es ist, dass einer von uns noch lebt. Ja. Dass dieser Gedanke zählt, ne? Ja. Ich hasse dich so. Oh, ich hab die, ich hab die, ich hab die, ich hab die vier Dias gar nicht mehr. Ach, deine Dias hast du nicht mehr. Vielleicht, weil du mich getötet hast. Weil ich gesagt habe, das ist das Karma. Karma, bitch. Nein, das ist nicht Karma. Nein. Sebastian. Hedati. Da war noch einer. Ich weiß es nicht. Ich seh nur dich. Da war ein Delfin. Da haben wir die Augen auf. Da ist einer. Hab ihn gefunden. Und er ist tot. Ich hab seinen Geist entweichen sehen. Hedati, nimm doch den Lava-Eimer mit. Oder hast du schon einen? Äh. Ich hab, ich hab einen. Die Gedanken sind frei. Und der Daki ist ein Weicher. Weißt du, ob du was singst hat? Nein. Gut. Hey, guck mal, da hinten kämpfen welche. Dann töte sie. Alter Beule. Alter, ich hab einfach den ganzen Stuff. Ich fand das so schön, dass ich... Na, jetzt nicht mehr. Ich kann es nicht sehen, der Typ steht da drüben. Der Typ, der da war, hat da anderen guten Stuff. Jetzt. Ich brauch noch einen Dia, dann kann ich mir eine Dia-Hose machen. Ich bin so froh, dass du so erfolgreich bist, nachdem du mich umgebracht hast. Ja, ja. Ich auch. Ähm, warte mal. Oh, ich mag die nicht mit dir reden. Hast du hier etwas geschrieben. Hast du gelesen, was das hier geschrieben hat. Ja, der mag nicht mit dir reden. Also ich mag aber auch nicht mit den IT mehr reden. Oh, ich mag das. Weil der IT ist inkulant. Mit Kulant seinerseits ist nicht mehr zu rechnen. Nein, hallo, der ist anti-inkulant. Nein, der ist nicht anti-inkulant. Mit Kulant seinerseits ist einfach nicht mehr zu rechnen, gerade. Ja, ist einfach nicht zu rechnen. Geht einfach nicht mehr. IT, der kommt auf dich zu. IT, Känguru. Nicht mal, das wäre eigentlich so eine Punchline für ein Red Battle, Alter. Nicht mal einen Taschenrechner kann mit Kulant seinerseits rechnen. Mit Kulant deinerseits rechnen. Punchline. Voll die harte Punchline. Boah, IT, du bist so blöd. Das war so ein dummer Move von dir. Okay, dann machen wir jetzt Game 5. Nee, 6. Der ist so unverdient. IT, du bist so unverdient soweit. Der lebt immer noch. Der lebt immer noch. Jetzt ist ein Fallstamm gestorben. Das war so dumm, IT. Du bist so dumm. Du bist so dumm. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich in der finalen Runde 5 wieder. Außer IT tötet mich nochmal am Anfang. Dann ist es Runde 6 da nochmal nach. Aber bis gleich. Bis gleich. IT, ich hasse dich. Du bist so scheiße. Oh, Manno. IT, du bist voll der Pro-Gamer. Sag doch endlich. Ja, so Leute. Ich werde kaum gezwungen, das zu sagen. Aber wer hier gewinnt, in dieser Runde, also wer am längsten überlitt, ist Tagessieger. Und wir dürfen uns nicht einander töten. Und jetzt halt es. Alty, ich glaube, sie sagt es nicht, oder? Ich habe vergessen, wie IT heißt. Ich heiße Just. Mit Jizz. Ach genau, Just. So wie Jizz plus mit U. Alter, ich habe ein Leder. Richtig hemmert. Oh, ich habe eine Karotte. Ich habe verloren. Ich habe eine Karotte, Alter. Ja, IT hat ein Leder. Was willst du mit deiner Karotte, Alter? Ich bämm's einfach mit meiner Karotte weg. Alter, ich habe sechs Redstone. Krass, Alter. Alter. Das bringt mir richtig viel. Ich habe zwei, äh, werfbare Trank des Schadens. Leute, wieso habe ich das Gefühl, dass ich verlieren werde sofort? Ich hoffe, dass du verlierst. Ich wünsche es dir, IT. Ich wünsche dir nichts anderes mehr. Ich wünsche, dass du elendig verreckst. Oh, das war süß von dir. Sind die nicht süß zu sein? Aber du bist voll niedlich, Dani, ne? Mit deinem elendig verreckten. Ja, verreck einfach. Ich habe noch nie jemanden so elendig verreckten sagen hören. Verreckt. Ihr ver... Ja. Ich kann nicht mehr reden. Ihr seid so scheiße, dass ich nicht mehr reden will. Verständlich. So, ich habe jetzt ein Holzschwert. Dann kann ich erst mal nichtestens mich halbwegs... Boah, Alter, ich habe ein Holzschwert, Alter. Ich habe mal nicht mehr Holz, weil ich hier überall in der Wüste ist, da wo ich bin. Ah, du Dummkopf, bist du nicht zum Holz gelaufen? Bob, bist du blöd. Ja. Du bist voll der Darkie, ey. Darkie? Nenn mich noch einmal Darkie, Alter. Du bist so blöd wie Darkie. Ja, aber es regnet jetzt nass. Darkie, du bist ein Buballe. Oh, du bist ein Bubeller. Gib das zurück, Alter. Alter, hier ist so ein Arschloch. Genau 33, 31 Blöcke der... Oh Gott, ich will nicht die so hin. Also, wie weißt, ich verstehe ja viel Spaß, ne? Aber Buballe geht zu weit. Ist das zu heftig, dir? Zu heftig. Wow, mich hat einer abgeschossen mit einem... Ich hoffe, du stirbst. Brechheit. Wer ist direkt hinter mir? Stirb. Dann als IT ist nochmal der Darkie-Loser. Bitte, ich möchte, dass IT so schnell stirbt. Nein! Ich bitte. Der hat den gleichen Skin wie Sargeant Max. Dann musst du sterben, du musst sterben. Du bist tot? Boah, danke, ganz ehrlich, egal wer du bist. Ich liebe dich. Ja, IT ist der Darkie-Loser. Ich liebe dich, egal wer du bist. Danke, dass du IT getötet hast. Darkie-Loser, Darkie-Loser, Darkie-Loser. Immer noch... Immer noch... Immer noch... Nein! Nein, mein Diamantschwert! Dein Diamantschwert wurde... Oh, nein... Aber du bist nicht tot, oder? Nein, aber mein Diamantschwert! Der hat jetzt mal... Mein ID, hilf mir mal. Ghoste mal, wo sind hier die nächsten Bäume? Alter, ich brauch auch einen Baum. Ich brauch auch einen Baum. Ich brauch eine Wirkbench. Ich spektate jetzt ganz unauffällig. Spektate mal mich. Sie holt, ich sie holt. Ja, dann, das ist das nächste. Danke. Nein, da ist die Wand da schon im... Davor. Zu weit, Aldi. Ja, okay, da musst du noch mal nach links. Da ist... Da ist eine Schneelandschaft. Und da ist aber auch schon die Wand. Hier ist die Wand. Nee, da ist auch so viel. Da ist einer, da ist einer. Ja, ich mach aber nix. Kann ja nicht kämpfen gehen, wenn ich nix habe. Nee, hast du nicht mal einen Holzschwert, die euer so gemacht? Nein, gar nichts. Ich hab nicht mal eine Holzschaufel gefunden. Hä, ich hab's nicht bekommen? Bin ich blöd? Alter, wo ist denn hier Holz? Hier muss doch irgendwo Holz sein. Ja, da ist doch ein Baum. Ja, gefällt er. Ja, wenn da weniger als zwei Holz sind, lass dich aus jetzt. Da ist ein Baum. Ich find's gemein, dass ihr teamt. Da geht es mir... Oh. Nein! Nein! Den Ritter! Verpiss dich! Tot, tot, tot. Nein! Ich sammel das Diaschwert auf. Hab ich länger erlebt, dass du? Ja! Oh, nein! Oh, Dani! Oh, das war so knapp! Ey, Leute, das Buballe hat gewonnen. Oh, Mann! Und dann will ich sagen... Hype, hype, hype. Dann will ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr mehr von Ducky sehen wollt, dann abonniert mich. Und wenn ihr mehr von Alty sehen wollt, dann abonniert mich auch. Dann kommt so einfach wieder in Videos rein. Wenn ihr mehr von Dani sehen wollt, dann abonniert Alty Boy. Und bis zum nächsten Mal. Ciao! 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 Ducky sagt Tschüss! Bubale! Bubale! Ducky! Okay.